Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tierstimmen Video. Mein Name ist Robert Höck und ich habe heute mal wieder ein ausführliches Video mit Bauernhoftieren für euch und ihren natürlichen Geräuschen. Bisher haben Hunde ja immer Großteils gefehlt bei meinen Tierstimmen Videos. Das ändert sich heute. Ich bin hier in einem Rudel von Australian Shepherds und Border Collies und da ist gerade auch Nachwuchs da und dementsprechend gibt es viele Gelegenheiten für mich auch mal Hundestimmen aufzunehmen und Welpengeräusche. Also das wird heute mal ein etwas anderes Tierstimmen Video. Generell steht das ganze Tierstimmen Video heute unter dem Motto Nachwuchs auf dem Bauernhof bzw. Baby Animals on the Farm. Also danke fürs Zuschauen und ja viel Freude auch mit euren Tieren zu Hause, falls ihr das Glück habt welche halten zu können. Tonnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2019 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020